Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Nach einer schnellen und erfolgreichen Reise durch Norditalien, Christoph, haben wir ganz, ganz frisch, ganz taufrisch für euch heute eine neue Stadt, eine wundervolle Stadt in Norditalien mitgebracht. Ich sag mal, ciao Christoph, ciao Verona. Du bist italienisch, hast du viel gelernt die Tage. Also man muss das ja sagen, du bist ja von 0 auf 100. Er konnte im Restaurant bestellen, er konnte Menschen auf der Straße grüßen. Also das ist ja schon, hast du schon ein bisschen aufgesaugt, diese Sprache. Ja, es ist vor allem, also ich habe mir aufgefallen im Restaurant, man hat ja alles. Also wir kennen ja eigentlich alle Begriffe, die liegen überall in unserem Kopf ja schon drin. Man spricht diese Sprache eigentlich, man muss nur die ganzen Bauklötze zusammen kriegen zu einem Sprachgerüst. Und ich fand es noch nie in einem Land so komisch, auf Englisch mit einem Kellner oder einer Kellnerin zu sprechen, weil, ich sag mal, Spaghetti Carbonara kannst du halt sagen, du sagst ja nicht, I would like to have a spaghetti carbonara. Also du versuchst das ja schon, du kannst das eigentlich. Von daher, naja gut, wie du richtig sagst, viel gelernt, alles in meinem kleinen Sprachreisetäschchen hier heute dabei, für euch da draußen. Und jetzt wollen wir gleich mal ein bisschen berichten, ja, nicht nur was es in den Restaurants dann gab, sondern auch mit einem Mythos aufklären, denn, ich muss dir ganz klar sagen, Christoph, ich bin lange nach einem Intro-Joke gesucht, aber ich kann heute offiziell verkünden, Verona macht keine Werbung für Rahmspinat heute, Hashtag Blub, sondern fürs Reisen. So, damit wollte ich sie eigentlich übergeben, um diese Italienisch-Szene jetzt hier zu überspringen von meinem Balkon runter. Ihr seid jetzt hier gelandet beim Welttournee der Reisepodcast. Wir berichten ja immer so ein wenig, wie wir diese Reisen mit möglichst wenig Urlaubstagen machen. Wir haben auch nur 30 davon leider. Deshalb haben wir immer mal hier und da in den Folgen Tipps und Tricks, wie es auch für euch vielleicht schnell um die Welt gehen kann. Und wir haben mal wieder bewiesen, was man mit ein bisschen Planung tatsächlich machen kann. Norditalien hatten wir gesagt, in diesem Falle Verona auch. Und du bist ja schon lange Verona-Fan, um deinen Joke nochmal aufzunehmen. Seit dem Kalender, ja. Noch vor Dieter Bohlen warst du schon Verona-Fan wahrscheinlich. Ja, Eris Loco hieß der Song, glaube ich. Ich habe riesenmusikalisch auch vor allem viel dran gehangen. Ich habe jetzt gedacht, wir wollen uns diese wunderbare Stadt mal anschauen. Und diese Stadt liegt wirklich relativ nördlich noch. Und man kann das auch nutzen, wenn ihr zum Beispiel am Gardasee seid. Wir haben auch schon eine Folge zum Gardasee gemacht. Und wenn ihr sagt, mir reicht das irgendwann jetzt mit den schönen Bergen und dem See und allem. Wir wollen mal irgendeinen Tag was anderes sehen. Dann überleg doch mal vielleicht nach Verona zu fahren. Denn ich glaube, das ist so die Stadt in Italien, die sich wirklich perfekt für einen Tagesausflug eignet. Oder? Siehst du das anders? Ich glaube, das war genau die richtige Größe so. Genau richtig. Ich würde sogar noch hinzufügen, du kannst halt auch, wenn du irgendwie länger in Venedig bist, auch aus Venedig den Tag nach Verona rüberlegen. Auch da kannst du mit dem Zug mal eben rüber dich beamen. Das ist ganz, ganz prima geeignet. Und dementsprechend so eine Verbindungsstadt. Und ich weiß nicht, ob ich das richtig sage oder ob man das so versteht, aber für mich, wenn man so von Norden nach Italien reinfährt, war das dann immer so die erste größere Stadt, die so richtig italienisch ist. Wo halt auch so ein bisschen das Tirolerische raus ist. Die Berge sieht man jetzt nicht mehr aus jeder Ecke in der Stadt. Und dementsprechend wird es dann so langsam römisch-italienisch, will ich mal sagen. Um dann halt auch das Ganze nochmal zu manifestieren. Das ist meine einzige Quelle dafür. UNESCO-Welterbe ist die Altstadt, die natürlich sehr, sehr römisch geprägt ist. Das römische Verona. Und für mich als alter Asterix-Fan, ich bin natürlich bei alles, was Römer angeht, bin ich hochinteressiert. Mag ich sehr gerne. Römisch-italienisch, nicht zu wechseln mit griechisch-römisch. Das ist was anderes. Das war jetzt im Sommer bei der Olympiade wahrscheinlich. Aber das auf jeden Fall. Thema Tagesausflug nochmal. Ihr könnt den Tagesausflug machen. Der kleine Tipp, den wir so haben. Das machen viele. Dementsprechend wird es halt abends, späten Abends, wird es merklich leerer in der Stadt. Also wirklich alle, die am Garda sind, gerade in Sommermonaten, die verschwinden dann so ein bisschen. Die Straßen da draußen werden ebenfalls voll. Aber das könnte halt eure Zeit sein, dass ihr nochmal sagt, okay, wir genießen diese Stadt nochmal. Gleiches Phänomen wie in Venedig übrigens. Auch da eine Stadt, die sehr mit Tagestouristen überflutet ist. Aber das vielleicht zu nutzen. Vielleicht dann doch nochmal diese eine Übernachtung zu nutzen. Aber dann wisst ihr schon mal so ganz grob, welche Größenordnung und welche Urlaubstage ihr dann für Verona einplanen solltet. Ja, vor allem ich hatte das Gefühl, als dann der Abend kam, es ist so ein bisschen wie im Skigebiet, Samstag Nachmittag, so Bettenwechsel. Ja, die Touris verließen alle die Stadt und die Veronistis, die Vironen, kamen auf die Stadt. Also die Leute, die dort leben und haben sich diese Stadt quasi aus der touristischen Hand so ein bisschen wiedergeholt. Und das gastronomische Leben ging los. Man hat dann gesehen, es wurde viel mehr Italienisch auf der Straße gesprochen. Als tagsüber wohl schon, muss man sagen, auch schon das Deutsch sehr, sehr klar rauszuhören war. Und ja, dann hat diese Stadt nochmal ein ganz anderes Flair bekommen. Von daher, Christoph, richtig, richtig guter Tipp. Würde ich genauso unterschreiben. Ruhig in den späten Nachmittag hinfahren und dann einfach mal in den Abend dort bleiben, bis dunkel wird. Auch Sonnenuntergang, Licht, alles, das passt richtig gut in der Stadt. Das kann man ganz prima miteinander verbinden. Und dann, ja, da kommen wir sicherlich auch nochmal drauf, die Kulinarik. Ja, die Kulinarik. Aber bevor wir auf die Kulinarik kommen, Christoph, packen wir nochmal unseren Handgepäckskoffer. Und was ich sonst, also du weißt, ich habe das noch nie eingepackt. Und du weißt, dass es auch unwahrscheinlich ist. Also, ja, also wenn man mich beim Grenzübergang irgendwo filzt, gibt es eine Sache, die man normalerweise nicht findet, ist ein Buch. So, ganz ehrlich, da kann man mich auseinanderbauen, Auto durchsuchen mit Spiegeln unten drunter. Aber ich habe nie ein Buch dabei. So, liegt daran, weil ich ein riesen Hörbuch-Fan bin. Kannst du es lesen. Ja, aber ich packe hier und für Verona exklusiv Romeo und Julia von Shakespeare ein, weil die Stadt ist da sehr, sehr eng mit verbunden. Und dementsprechend so ein bisschen Literarität, ein bisschen Shakespeare, ein bisschen, ja, Savoir-Vivre würde man in Frankreich sagen, aber ein bisschen das Lebensgefühl dieser Stadt auch noch mit aus der literarischen Welt zu nehmen, um dann auch im Besuchenden-Bereich, also im Sightseeing-Bereich noch mal ein paar Sachen mehr zu haben, die man vielleicht kennt. Romeo und Julia, Shakespeare, lasst Christoph fahren. Ihr lest auf dem Beifahrersitz, wenn ihr das könnt. Auch noch mal spannende Frage, Christoph. Du kannst das ganz hervorragend. Ich kenne Leute, die können auf dem Beifahrersitz nicht lesen. Also, die werden damit sofort schlecht. Schöne Grüße an meinen Bruder. Von daher, alles schon getestet. Sehr gut, ja, um ein bisschen diese Stimmung reinzugehen. Wir kommen nachher bei den Sehenswürdigkeiten noch mal drauf zurück, was ja dieses Buch mit der Stadt gemacht hat, wie das zusammenhängt vielleicht. Das wisst man schon ein bisschen. Ich habe etwas ganz anderes, denn neben dieser Romeo und Julia-Geschichte, in Anführungszeichen, gibt es in Verona ja auch immer noch dieses große Theater. Diese Arena von Verona heißt sie. Und im Sommer werden da immer die verschiedensten Opern gespielt. Und er meint nicht das Restaurant, in das wir abends essen gehen. Ja, da gab es auch großes Theater, aber das waren andere Schauspieler. Ja, ganz andere Schauspieler. Ich glaube, das sagen wir zum ersten Mal, mit wie vielen Jahren, mit Mitte 30. Ich würde ein Opernfernglas mitnehmen. Das hätte ich früher nie gesagt. Aber ich habe es diesen Sommer mal ausgetestet. Ich war ja in Bregenz an den Seefestspielen. Und da durfte ich das mal testen, wie sich das mit so einem Opernglas aussieht. Und ich muss sagen, das ist schon irgendwie cool, wenn man in dieser Arena sitzt und sich selber noch so ein bisschen da reinzoomt in dieses Geschehen. Das ist so, als wenn du jetzt auf 3 seid, wahrscheinlich wie du es gerne machst, und mal die alten Aufführungen anguckst. Oder auch von Jedermann oder wie auch immer. Aber dich so ein bisschen mit dem Fernglas da reinzuzoomen, die Gesichter von den Spielern hinzusehen, das hat nochmal einen extra Twist mit beigebracht. Also von daher könnte man überlegen, ob man sich vielleicht ein Opernglas, wenn irgendwo von euren Verwandten, vielleicht Opa oder Oma, noch ein Opernglas hat. Team Christoph holt sich ein Opernglas, ja, von Oma oder Opa. Team Adrian nimmt einfach den vierfach optischen Zoom des iPhones raus und guckt dann auf dem Fernseher. Ja, na klar. Da wirst du ja angeleuchtet. Das ist ja auch noch eine Sache. Da wirst du ja sobald das Handy rausholst, wirst du dann mit der Taschenlampe ins Gesicht. Das ist wie mit so einem Tisch hier im großen Club. Die holen dich doch auch immer mit der Taschenlampe da raus. Ja, ja, ja. Das ist immer so ein bisschen, da musst du aufpassen. Mal so mal so, je nachdem, wie du sitzt. Ich weiß auch nicht, woher ich das weiß übrigens. Auch das ist schon mal ein guter Tipp. Also während der Oper nicht fotografieren, dann gibt es nämlich Taschenlampe ins Gesicht. Die Lichtstrahlen, nicht die Taschenlampe. Damit konnte ich jetzt auf jeden Fall glaubhaft, glaubhaft machen, dass ich so einer Veranstaltung selten beigewohnt habe. Sagen wir es mal vorsichtig so. Aber Christoph, nächstes Weihnachten kannst du schon mal aufschreiben, Adrian wünscht sich ein Opernglas. Von Opa. Ja, das gucken wir uns mal an. Tickets brauche ich dann noch für die Oper. Das gucken wir uns gleich bei Sehenswürdigkeit an. Lass uns doch mal überlegen, wie man hinkommt. Wir hatten eben schon mal so ein bisschen angekündigt, vom Gardasee relativ einfach. Das geht mit dem Auto. Wenn ihr das einfach angekommen seid, beginnen die ersten Probleme. Und dieses Problem heißt in Verona parken. Denn Parkhaus. Diese ganze Altstadt, diese UNESCO-Altstadt ist wirklich sehr, sehr schön. Kleine, schmale Gassen. Dementsprechend ist halt wenig Platz für Autos. Was erstmal gut ist als Fußgänger. Aber wenn man wirklich diesen Tagesausflug plant, schaut euch vorher mal an, wo ihr parken wollt. Das erspart euch, glaube ich, eine Menge, Menge Stress. Wenn ihr sagt, okay, dieser Paceggio oder wie die hießen, ist da und da, um da hinzufahren. Das macht schon mal Sinn. Und dann macht ihr euer Portemonnaie sehr, sehr weit auf und zahlt halt diese Parkgebühren. Aber diesen ganzen Stress vielleicht schon mal vorher rauszunehmen und sagen, wir fahren einfach mal hingucken, wo wir parken können. Das könnte schwierig werden. Antizipieren. Antizipieren. Christoph hat ja in irgendeiner Folge mal sein Klapprad mitgenommen. Das hast du ja bestimmt noch irgendwo liegen. Das kann man natürlich dann Park in Klapprad machen. Ein bisschen vor der Tür. Ansonsten, ja. Also diese Stadt ist natürlich gebaut worden von Römern für Römer. Ja, also die haben ja damals eher ein PS gefahren, wenn überhaupt. Dementsprechend alles noch sehr, sehr enge Gassen, sehr, sehr schmale Straßen. Auch sehr, sehr kleine Parkhäuser. Also die Parkhäuser wurden dann von Shinki-Shento-Fahrern für Shinki-Shento-Fahrer gebaut. Von daher sollte euer Leihwagen vielleicht ein Kombi sein, gerne vorher noch mal zum Versicherheitstraining, dass ihr die engen Kurven auch schafft in so einem Parkhaus. Kann ich aus erster Hand berichten. Ansonsten fahrt ihr da mit einem kmh rein und einer muss sich rausstellen und gucken, ob ihr wirklich um die Kurve kommt. Von daher, ja, mit dem Auto alles ein bisschen komplizierter, aber ihr seid natürlich dann auch schneller mal von A nach B. Und wenn ihr vom Gardasee kommt, dann ist die Logistik mit dem Auto tatsächlich ein bisschen einfacher. Für die lieben Camper-Freunde unter uns, die uns vielleicht zuhören und sagen, ah, wir würden gerne mit dem Camper reinfahren, macht es nicht einfacher. Was ihr mal gucken könnt, oben am Schloss San Piero, da heißt das, habt ihr nicht nur eine wunderschöne Aussicht auf die Stadt und den Fluss, sondern es gibt hier und da auch ein paar Parkplätze. Das ist schon mal gut wegen der Aussicht, aber wenn ihr hier und da mal auf den Boden schaut, oder in den Ecken, dann werdet ihr hier und da mal eine Glasscherbe sehen. So, und Camperleute wissen, wenn Glasscherben irgendwo auf dem Parkplatz liegen, ist das meist kein gutes Zeichen. Also, Einbrüche, Diebstähle ist da oben schon sehr, sehr stark vorhanden. Da müsst ihr einfach mal abschätzen. Lohnt sich das, diese paar Euro zu sparen und dafür so ein bisschen wie Freiwild dazustehen, sage ich mal, aber das könnt ihr vielleicht nicht besser selber abschätzen. Aber dieses Schloss da oben, sehr, sehr schön zum Parken, für Camper oder halt auch für ein Auto. Ja, um das Ganze nochmal rund zu machen, zum Thema Transport vor Ort. Ich bin ja damals bei unserer Alpencrossing-Tour von München an den Gardasee beziehungsweise bis nach Verona das erste Mal dort gewesen und habe da wunderbare Erlebnisse, denn wir waren in Verona bei einem Fahrradhändler und unser Plan war, wir wollten zurückfliegen nach Hamburg, um die Fahrräder alle zurückzukriegen, weil es mit dem Zug sehr, sehr schwierig war. Übrigens auch nochmal ein Tipp, also einen Zug zu finden, gar nicht so schwierig, aber einen Zug mit Fahrradplatz etwas schwieriger. Dementsprechend sind wir geflogen und um die Fahrräder zu transportieren, waren wir in einem Fahrradladen, den hatten wir vorher angerufen, ob er ein paar Kartons überlassen kann. Also jetzt so Kartons, in denen normalerweise Fahrräder verpackt sind und ja, das haben wir gemacht, sind da hingefahren, der hat uns dann die Fahrräder umsonst quasi da reingepackt und hat uns dann umsonst auch noch geholfen beim Trampen. Also von daher sind wir mit so einem Transporter zum Flughafen gefahren, der dann auf Daumen raus und auch drei Fahrräder mitnehmen konnte. Also Rennrad hin, auseinandergebaut, eingepackt zum Flughafen, eingewickelt, ab in den Flieger und dann mit Fahrrad super nach Hamburg gekommen. Das auch nochmal Transport vor Ortmöglichkeiten. Kleiner Punkt noch zum Thema Zug. Wenn ihr so Richtung Süddeutschland wohnt, geht es von München sehr, sehr gut aus, tatsächlich mit dem Zug zu erreichen. Es gibt auch ganz neue Züge jetzt, die piekfein, niegelnagelneu sind, nicht diese alten, ja, klapprigen Dinger, die ihr vielleicht kennt, wenn ihr mal nach Südtirol gefahren seid, die fahren dann weiter Richtung Venedig und Bologna. Also das ist schon jetzt sehr, sehr entspannt tatsächlich und man kann auch schon mal einen guten Deal machen, wenn man früh sucht. Da also am besten einfach mal schauen. Der Bahnhof ist auch relativ zentral, also man kann ab dann alles zu Fuß machen. Und ansonsten in der Stadt, wir sagten es schon, macht es wirklich zu Fuß wahrscheinlich. Da habt ihr noch am meisten von, einfach durch die schönen Gassen ein bisschen zu laufen. Und als kleine Special-Transport habe ich hier noch die kleine Standseilbahn hoch zur Burg, zum Schloss. Also wenn ihr wirklich so ein San Pietro-Schloss oben wollt, könnt ihr, glaube ich, so für zwei Euro waren das, könnt ihr ein paar Stufen sparen und dann vielleicht zum Sonnenuntergang oben zum Schloss fahren. Habt ihr wirklich alles durch, was es an Verkehrsmitteln gibt, mehr oder weniger auf dem Landweg. Ja, wirklich außer Schlittschuh fahren. Alles drin, das geht ein bisschen schwieriger. Von daher, ich glaube, da seid ihr jetzt gut abgeholt. Ihr kriegt also auf jeden Fall irgendeinen Weg gefunden, der euch nach Verona und auch aus Verona wieder wegbekommt. Von daher, das Haken dran. Das nächste Thema, Christoph, ist das Größte eigentlich, was man in meinen Augen immer in Italien mit sich mitträgt. Und zwar im positivsten aller Sinne, Essen. Ich muss mich outen, ich bin wirklich ein Riesen-Fan von allen Formen von italienischer Küche. Ich esse von Fisch bis Risotto, von Pasta bis hin zu den Fleischgerichten, die es gibt und runde das Ganze natürlich gerne auch noch mit einem Gelato ab, mit einer Süßspeise hinten raus. Also länger als zwei Wochen darfst du mich in Italien nicht lassen. Danach musst du mich rausrollen aus dem Land. Aber es ist immer wieder wunderbar. Und ich mache gleich mal die Tür für Verona auf und starte mit dem Risotto al Amarone. Und jetzt weißt du, was ich meine. I'd like to have a Risotto al Amaroni. Ja, nein, ein Risotto al Amarone. Ein cremiges Risotto mit Amarone-Wein, das sagt das Ganze schon. Also ein richtig kräftiger Wein aus der Region rund um Verona. Und Risottos, ich esse das richtig gerne. Aber nach dem Risotto habe ich immer das Gefühl, ich habe einen Amboss gefrühstückt. Aber während man es isst, ist es einfach richtig, richtig lecker. Und gefühlt war diese ganze Region da oben eh so ein bisschen Risottoland. Ich kann mich da jetzt völlig täuschen. Es kann mir auch richtig Ärger geben jetzt. Aber es war öfter Risotto mal irgendwo zu sehen, auch wenn man so in den Restaurants vorbeigeht. Man schaut ja schon mal auf den Nachbarteller da, was die essen und was da. Also gefühlt war da sehr, sehr viel Risotto. Da könnt ihr euch sehr, sehr gut durchprobieren. Ob es jetzt Alfungi mit so ein paar schönen Pilzen ist, die vielleicht aus Südtirol oben kommen noch. Also da wirklich mal probieren. Und das Risotto, es schmeckt halt auch immer ein bisschen anders. Aber das war so mein Gefühl. Kann ich wissenschaftlich jetzt leider nicht belegen. Aber wir sind auch kein Wissenschaftsport. Und noch zwei Schaufeln Parmigiano-Reggiano oben drauf. Zack, damit das Ganze auch ordentlich Fäden zieht. Also ja, Risotto hast du recht. Es ist wirklich Risotto-Region. So wollte ich sagen. Gefühlt so, ne? Ja, würde ich auf jeden Fall unterstreiben. Und ansonsten die Klassiker, da könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Pizza, Pasta, es ist alles wirklich sehr, sehr gut. Pandoro ist noch so ein bisschen so ein Hefekuchen, den man so ein bisschen in Richtung Nachtisch macht, wenn ihr keinen Tiramisu mehr sehen könnt. Also ihr kommt da schon sehr, sehr gut durch. Was ihr auf keinen Fall vergessen dürft. Und auch wenn ihr sagt, ah, so Espresso ist gar nicht meins. Aber probiert mal so einen italienischen Espresso. Am besten irgendwo bei der Bar. Diese Röstung, das ist immer noch was ganz, ganz Besonderes. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, in Deutschland im Restaurant kostet ein Espresso 3, 4 Euro. Ich glaube, in Italien, wenn das da über 1,50 kostet irgendwo, dann stecken die den Laden an, die Gäste da. Also es ist schon möglich. Für die auch. Also immer so an der Theke ist immer so 1 Euro. Im Restaurant selber 1,50. Das kann man schon sehr, sehr gut machen. Probiert euch mal durch den Espresso tatsächlich, würde ich sagen. Und ist da noch einer der wenigen Orte gewesen, wo man Christoph zu mehr als zwei Espressi am Tag überreden konnte? Weil der junge Mann hier ist nämlich sehr reaktiv auf Koffein. Also wenn man ihm drei geht, fängt er normalerweise an, wie so ein Spielzeugkaninchen auf den Tisch zu hüpfen. Er ist immer lustig, macht immer Spaß, weil dann wird er so ein bisschen, dann wird er mir ähnlicher. Da fängt er auch, er hört ja nicht mehr auf zu reden, der Christoph. Aber er hat sich ganz gut unter Kontrolle. Von daher, aber in Italien jetzt auf der Reise hat man ihn teilweise drei Espressi am Tag trinken sehen. Und er ist trotzdem Mensch geblieben. Zwei letzte kleine Punkte und Tipps noch zum kulinarischen. Thema Aperitivo. Gerade Norditalien sehr bekannt. Aperitivo einfach, bestellt euch euer Lieblingsgetränk. Sei es jetzt ein Bier, sei es dieses orange Zeug da, was ihr immer trinkt. Es gibt immer noch ein paar Snacks dazu. Und ich glaube, wir hatten von Tütenschips bis eine Art Salzstange, bis zum kleinen Baguette, kann alles passieren. Also auch das schon mal, wenn man sagt, okay, Aperitivo-Zeit ist immer so, ab 19, 20 Uhr, dann kann man schon mal so eine kleine Vorspeise und schon mal das erste Bier des Abends trinken. Das schon mal so als Tipp, das zu machen. Und, worüber ihr nicht ärgern dürft, es ist überall so, der Koperto. Wenn ihr nachher auf der Rechnung seht, nochmal, da sind zwei Euro pro Person irgendwo draufgeschlagen. Hä, wollen die uns betrügen? Nee, das ist dieses Aufdeckgebühren. Nächstes Mal unter die Tischgebühr. Ist in jedem Restaurant so, verschiedene Preise. Ich glaube, ich habe auch schon mal, in Rom habe ich auch schon mal ein Koperto von irgendwie 5, 6 Euro. Das war schon ganz schön krass. Aber da so in Norditalien ist meistens immer so 2 Euro. Gibt immer noch so ein bisschen Brot, ein bisschen Olivenmüll zum Trunken. Ärgert euch da nicht drüber. Die wollen dich nicht bescheißen. Das ist einfach das System da. Ja, das ist italienische Ying und Yang, würde ich es jetzt mal nennen. Auf der einen Seite zum Bier gibt es immer noch einen leckeren Snack, den man nicht bezahlen muss. Aber sobald einem einer eine Gabel und Löffel auf den Tisch legt, kostet das 2 Euro. Die sogenannte Mischkalkulation. Du kennst das noch von früher. Ja, genau so ist es. Es ist absolut eine Mischung. Also italienisches Ying und Yang, Coperto und Aperativo. Die beiden machen das hier. Ja, richtig, richtig gesagt. Also ich bin es mal ein bisschen ab. Das Thema Essen, da könnt ihr einfach mal einen ganz, ganz großen Haken dran machen. Das wird einfach wundervoll. Und so wie Christoph den dritten Espresso am Tag einführt, führe ich dann gerne mal noch ein zweites Mittagessen ein. Ja, das ist alles möglich. Und ja, es ist einfach wunderbar im Essensbereich. Ja, haltet euch da nicht zurück. Macht vorher oder hinter die Diät nicht, während ihr in Italien seid. Da müsst ihr Vollgas geben können. Und da muss auch das dritte Gelato am Tag noch reinpassen. Und das darf dann auch sein. Es muss dann mit rein. Probiert euch da mal durch. Das italienische Gelato, alles ein bisschen anders nochmal als bei uns. Es ist wirklich, ja, ich wünschte, wir wären nochmal da, Christoph. Es ist jetzt zwei Tage, dass wir da waren, aber ich habe schon wieder Risotto Gelato Entzug hier. So, ihr wisst ein bisschen Bescheid, wie ihr hinkommt, was es zu essen gibt. Jetzt müssen wir natürlich mal schauen, was es zu sehen gibt. Und wir gehen mal so ein bisschen in die Sehenswürdigkeiten. Und ich bin mir sicher, früher oder später kommt ihr natürlich in diesem einen zentralen Punkt vorbei, die Piazza Bra heißt das. Und da steht eben auch die Arena. Wir hatten es vorhin schon mal angesprochen. Sieht wunderschön aus. Es ist fast sogar noch besser erhalten, gefühlt würde ich mal sagen, als das Kolosseum in Rom. Denn das ist ja mal von Obelix irgendwie, der hat da was mit so tun, glaube ich, der ist da ein bisschen zerstört. Der war anscheinend nicht in Verona. Dementsprechend sieht die einfach noch ein bisschen besser aus, zumindest von innen. Draußen rum sehr, sehr viel Baustelle, eigentlich schon immer gewesen. Hier ist ein Bauzaun, da steht irgendwas drauf. Aber sobald ihr da drin seid, ist das schon ein kleiner Zauber. Und man fühlt sich wirklich so ein bisschen zurückversetzt in alte Obelix-Asterix-Zeiten. Das ist so. Und wenn man in die Stadt kommt, das ist doch das Erste, was man dann so sieht. An dem Hauptplatz dort ist halt eben die Arena. Da kann man auch super von draußen reingucken. Also ich weiß gar nicht, ob man die, die glaube 13 Euro sind, die man tagsüber bezahlen muss, um da reinzugehen. Ob man die bezahlen muss, wer natürlich jetzt Riesen-Arenen-Fan ist, der macht das. Der guckt sich das von innen einmal nochmal an. Ansonsten, ja, es ist, als ich reinkomme, ich habe ein bisschen gedacht, das sieht ein bisschen aus wie auf Mallorca, da wo Wetten, das immer aufgezeichnet worden ist. Ja, so ein ganz bisschen davon hat es. Und ja, von daher, wer nochmal so ein bisschen zurück will in die alte Welt von Wetten, das, der guckt da mal rein. Ansonsten, ja, Christoph, irgendwann spielen wir da mal eine Welt-Tournee-Show Asterix und Obelix in 120 Ländern. Irgendwie sowas machen wir da mal. Ja, auf Italienisch, natürlich, um das abzurunden. Ja, ansonsten, wie gesagt, wunderschöne Arena, gut gelegen, aber mit dem kleinen, aber feinen, aktuellen Problemchen dieser Baustelle, da sieht man dann schon, dass es nicht mehr die Römerzeit ist, sondern wirklich 2000, was haben wir, 24 Bausperrabsperrung, Baustellenabsperrungszeit. Wenn ihr jetzt im Herbst da seid, könnt ihr da, wie gesagt, tagsüber rein, kostet so 12, 13, 14 Euro, meine ich, waren das. Wenn ihr jetzt im Sommer da seid, nächstes Jahr im Sommer vielleicht, gibt es auch immer Konzerte und vor allem Opern. Ich habe vorhin mal geguckt, ich glaube, alle klassischen Opern werden da aufgeführt. Carmen, La Traviata, ich kann das nicht mal aussprechen, La Traviata. Mein für den Pferden ist das doch, oder nein, ist das andere. Reguletto und Aida habe ich gesehen und man kann auch schon Tickets kaufen. Also wenn ihr jetzt schon wisst, ah, wir sind da und da am Gardasee, könnte man, oder wir fahren nach Verona, könnte man schon mal schauen, dass man sich Tickets besorgt, geht es ab 30 Euro grob los. Schaut da schon mal rum, wenn ihr das vielleicht mal machen wollt, sehr, sehr schön. Gerade abends, man geht vor ins Restaurant und dann ziehen die Massen da so hin, also sehr, sehr gut. Und ihr wisst ja, Opernglas mitnehmen, dann habt ihr das auch schon sehr, sehr gut verarztet. Tja, und ihr werdet nicht von den Taschenlampen, von den Taschenlampen der Türsteher, der Bouncer dort rausgezogen. So, jetzt habt ihr also, wir haben ja schon viel über das Essen, ihr seid jetzt voll gefuttert, habt euren Spaziergang in, um und durch die Arena gemacht. Jetzt wird es Zeit für einen von Christophs drei Espressi. Das heißt, wir fangen jetzt mal an mit Piazza Hopping, oder? Es gibt die eine, die Rapper-Piazza, die Piazza Bra, ja, schöne Grüße nach Berlin, und die Piazza dell'Erbe. Also einmal erben, einmal rappen. Zwei Piazen, die Piazza dell'Bra, ja, Bra ist dann ein bisschen, ein bisschen zentraler, die ist direkt am Kolosseum und die Piazza dell'Erbe ist dann ein Stückchen weiter, wenn man in Richtung des, wo wir gleich noch hinkommen, des Balkons, des Balkons aller Balkone, hinkommt, mit einem großen Brunnen in der Mitte. Von daher, ja, zwei Anlaufpunkte, wo ihr ein bisschen piazieren könnt. Man kann auch beide Piazen machen bei drei Espressi, Christoph, oder? Man kann doppelt Piaz. Man kann das sehr gut machen, tatsächlich. Also einmal ein bisschen durchlaufen und jetzt müsst ihr mal schauen, wie ihr hinkommt. Ihr könnt das so machen, wie im Wasserpark. Ihr kennt das vielleicht, dieser Lazy River oder so, wo so immer die ganzen Leute so mit ihren Reifen so durchschwimmen. Ihr könnt euch euren eigenen Reifen nehmen und einfach euch in die Leute da mit rein schwimmen lassen. Das geht dann durch die Fußgängerzone. Ihr müsst quasi gar nicht nach vorne hinten gucken. Ihr werdet einfach in so einem Strom mitgenommen, mitgerissen. Oder ihr macht es vielleicht ein bisschen schlauer, ein bisschen umständlicher vielleicht sogar auch, aber ihr geht dann die ominösen Seitengassen. Denn da ist deutlich weniger los. Ihr habt ein bisschen mehr Ruhe. Einfach könnt nochmal stehen bleiben, mal gucken, hier mal ein Foto machen. Also vielleicht nicht mit dem Strom mitschwimmen, der sich dann durch die Fußgängerzone nach den Schildern richtet, sondern einfach mal selber versuchen. Ah, so grob da ist die Richtung, da ist die Piazza der Erbe. Und dann einfach mal vielleicht nicht mit dem Strom mitschwimmen. Nur so als bildlich gesprochener Tipp. Aber ihr versteht sicherlich, was ich meine. Ja, apropos Lazy River. Schöne Grüße in den Wasserpark nach Corfu, Christoph. Ja, die kennen uns da noch. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Genau so. Letzter Punkt, der Erbe noch der kleine Turm, den ihr machen könnt. Wenn ihr von oben nach meinen Aussicht suchen wollt, gibt es den Lamberti-Turm. Der kostet so 6, 7, 8 Euro, glaube ich. Ist ein Fahrstuhl drin und der fährt euch dann ganz gemütlich nach oben. Und von da könnt ihr mal sehen, wie dieses Gassenlabyrinth und diese wunderschöne Altstadt so gelegen ist an so einem Fluss, der dann diese Kurve macht. Also auch das vielleicht sehr, sehr gut. Vielleicht lieber morgens machen, dann nachmittags. Ja, man steht ja schon eine Weile. Also von daher nochmal da der Tipp. Früh oder spät auftauchen. Apropos anstehen. Casa di Giulietta. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe meinen kleinen Shakespeare hier immer einstecken. Ja, also habe ich dabei an der Stelle ausnahmsweise mal ein Buch. So, worum geht es jetzt? Shakespeare, Romeo und Julia, die Liebesgeschichte aller Liebesgeschichten, Christoph vielleicht. Oder es ist, glaube ich, das, die Liebesgeschichte aller Liebesgeschichten, und da spielt ein Balkon in Verona eine Rolle. Und dieser Balkon, dieser mystisch-legendäre Balkon, der, glaube ich, wenn ich richtig liege, extra dran gebaut wurde, damit das zum Buch passt. Also erst war das Buch dann der Balkon. Der ist dort. Machen viele Vermieter in Deutschland übrigens auch so, ein bisschen mehr, ein bisschen Geld rauszuschlagen. Ich kann dir sogar eine Geschichte von einem Balkon erzählen, der nicht mehr betreten werden, da wo er bezahlt werden muss. Auch das viele Grüße an den Deutschen Mieterbund. Naja, aber, ja, du hast völlig recht, was die deutschen Vermieter schon früh wussten, einfach mal einen Balkon dran bauen und mehr Miete nehmen. Hat man hier auch gemacht, Balkon dran gebaut und etwa zum Buch passen. Ja, und was soll ich sagen, also anstehen kann man gut. Es ist dann in den Innenhof, da ist ein kleiner Balkon, der, ja, auf dem, der Legende nach, Romeo und Julia sich dann dort, was haben die da gemacht, getroffen? Ich habe es schon wieder vergessen, ich habe das Buch natürlich gelesen. Du als Literat von uns bei, Herr Schüttel ist auch ein Kopf, super, gut, also, können wir hier aufklären, die haben sich da irgendwie in dem Buch da vergnügt. Ja. Und darum wollen das auch alle sehen, was ja erstmal nicht schlecht ist. Laufen halt auch alle hin, dementsprechend, weil du sagtest gerade, es ist ein Hinterhof. Darum heißt der auch Hinterhof, weil alle hinlaufen. komm. Ist halt relativ klein, früher noch gebaut, dementsprechend wenig Platz ist. Früher konnte man auch so reinmarschieren, inzwischen haben sie schon wirklich ja Absperrbänder gebaut, man muss sich dafür also anstellen, um einmal um diesen Hinterhof durchlaufen zu können. Das kostet zum Glück nichts, nur wenn ihr rein wollt, in dieses kleine Museum, müsst ihr ein bisschen was bezahlen. Ja, aber ihr steht dann halt vor diesem Balkon dann, also von daher, überlegt euch das, wie gesagt, wenn ihr früh da seid, dann könnt ihr das machen, aber extra dafür anstellen, eine halbe Stunde oder so. Ich weiß es nicht. Das Schöne ist für alle Fotospotterinnen und Fotospotter unter euch, selbst wenn ihr in der Masse steht, man kann immer super nach oben zu einem Balkon fotografieren und es sieht immer noch so aus, beziehungsweise man sieht zumindest nicht, dass es noch 9.000 andere Leute neben einem stehen, weil man ja raus aus der Menge fotografiert. Von daher, das kann schon was, wenn es jetzt ein Brunnen wäre, versuch mal vom Trebi-Brunnen in Rom mal ein Foto zu machen, wo nicht, oder wo unter 100 Leuten draufstehen, gibt es glaube ich gar nicht, außer aus der Pandemiezeit vielleicht. Du warst ja glaube ich mal, als Rom noch gerade aufmachte da, da war nichts los. Das muss glaube ich ein Traum gewesen sein. Aber in Venedig, in Verona ist das ein bisschen anders. Ihr fotografiert nach oben, es sieht so aus, als wärt ihr dort ziemlich alleine, wie damals Romeo und Giulietta. Die gute Nachricht schon mal, die ganzen Kaugummis wurden entfernt. Früher klebten überall an der Wand Kaugummis. Ich habe es nicht verstanden, warum. Das sah aus wie so eine Boulderhalle. Keine Ahnung. Das italienische Liebesschloss. Ja, ich weiß, also keine Ahnung, so eine Boulderhalle da gemacht, aber das haben sie alles abgemacht. Es sieht schon vernünftig aus jetzt wieder. Ja, guckt es euch an. Aber ich glaube, dieses Gassenhopping, wie ich es nenne, ist einfach noch ein bisschen schöner, macht ein bisschen mehr Spaß tatsächlich noch. Einfach um das nochmal so abzuschließen mit der Liebesgeschichte hier einfach. Und ansonsten, wenn ihr noch ein schönes Foto sucht, gerade so gegen Abends, wir hatten es vorhin gesagt, das San Piedo Schloss oben, sehr, sehr schön. Oder ihr lauft einfach mal über die Pietra Brücke. Auch das, die geht über die Edge. Auch da kann man so ein bisschen zurück auf die Stadt fotografieren. Die Sonne geht perfekt, im perfekten Winkel da unter. Könnte man schon fast als Insta-Boyfriend-Spot hier nutzen. Also auch da nochmal schön einfach mal ein bisschen zurück zu gucken und irgendwo einen Aperitivo zu trinken. Das geht wirklich sehr, sehr gut an vielen, vielen Ecken hier. Tja, die Brücke über die Edge und auch die Brücke aus diesem Podcast raus, Christoph. Denn, ja, wir laufen stark hier auf die 30 Minuten zu. Und, ihr sollt ja stark länger als 30 Minuten durch Verona laufen. Von daher nutzen wir das jetzt mal, um damit auch ein wenig abzubinden. Also eine wunderschöne Stadt. Unser Tipp wäre da vielleicht jetzt nicht, eine ganze Woche zu verbringen, aber man kann dort wirklich ein, zwei, drei Tage verlängertes Wochenende, wie auch immer, sehr, sehr gut, ja, sich entertainen, viel essen, viel trinken. Ja, Wein haben wir vorhin so ein bisschen fallen lassen. Gibt es natürlich auch. Den gibt es nicht nur im Risotto, sondern auch ins Glas. Viel guten Rotwein und auch viel guten Weißwein. Von daher, ja, lasst es euch dort mal gut gehen. Man kommt prima hin, man kommt prima weg. Man kann es super einbinden. Von daher Verona vielleicht der Tipp noch für diesen Herbst sogar, weil das Wetter südalpisch ja auch nochmal schnell bis Mitte November über 20 Grad lettern kann. Vielleicht habt ihr Glück, vielleicht habt ihr nochmal ein paar schöne Tage und dann entlassen wir euch jetzt mit der Stadt Verona und, ja, gehen dann jetzt mal auch in unser Wochenende, Christoph, denn es ist jetzt hier Freitagabend. Die nächste Pizzerie. Die nächste Pizzerie. Genau. Ich habe schon wieder Pizza. Ja, ich habe echt auch wieder. Also es ist Freitag die letzte Pizza her. Ich kann schon wieder Pizza essen. Das mache ich jetzt auch. In dem Sinne, ich gehe hier in die Edelpizzeria zum Lieferando und dann gucken wir mal. Alles klar. Macht's gut. Euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Morgen, schönen Sonntag. Montag einen wundervollen Start in die Woche. Wir verabschieden uns jetzt auch. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.